ARD Text im Auftrag von Funk – Hoi Nico! – Lea! Willst du ein Stück feiner Rübelkuchen? Der Al-Ös kommt dann in die Vereinskasse. Was du nicht immer alles machst. Was sind denn das für dich? Keine Ahnung, die sind vor zwei Wochen eingezogen. Sie hängt ständig am Laptop und er bastelt die ganze Zeit an seinem Auto rum. Schon mal etwas verschaffen gehört? Vergiss es. Wie weisst denn das, was sie dort hat? Was nachzieht? Ich weiss nicht. Damit es alle gesehen. Schmelz, schmelz! SmartCommerce von PostFinance – Ihr Webshop für erfolgreiche Geschäfte. SmartCommerce eignet sich auch für Vereine. SmartCommerce SmartCommerce SmartCommerce